Wie waren die Erwartungen für die Show? Bist du mit dem Ziel in die Show gegangen, dass du mit der neuen Wichterlösung? Ich glaube, ich bin der Profanier, das ist ein Auto, die mir steht, aber letztendlich macht mir noch ein bisschen Spaß, das neue Hütte kennenlernen. Einfach so drüber zu und einfach gleich fährst du drauf an. Ich habe gehört, du hast dafür schon noch gerne, du hast ein neues Auto gekauft, wie geht es jetzt weiter? Ja, also, ich habe Montag die Fahrprüfung. Ich hoffe, dass ich es nicht schaffe. Wir trockenen, du. Danke. Und wenn er die erste Fahrt schon läuft, ich hoffe, dass ich es nicht schaffe. Am Montag hast du noch etwas anderes vor. Wir laden die hier mit ganz offiziell in am Montag zu uns in der Telefonwelt Frühstücksradio ab 8. Hört sich das aus? Ja. Ich schaue mal. Ich denke schon. Alles klar, wir gratulieren noch einmal ganz herzlich mit Timo, der neue Mächterfahrt. Alles Gute. Danke.